Hallo zusammen, wir sind Michael, Mike, Micha, dieser Typ da und der heilige Dr. Bublitz. Und zusammen sind wir Texas Cornflake Massacre. Wir kommen aus Frankfurt am Main und machen Melodic Deathkorn. Im März haben wir unser erstes Album Natural Born Serial Killers bei unserem Label an Seven Heart veröffentlicht. Ja, und jetzt planen wir gerade unser erstes Musikvideo, deswegen schauen wir auf YouTube vorbei. Es lohnt sich. Ich mag Pause. Falls unser hochwertiges Video euer Interesse geweckt hat und ihr mehr von uns hören wollt, dann dürft ihr gerne auf das Antlitz des heiligen Dr. Bublitz klicken, um unseren Album-Teaser zu sehen. Und ansonsten schaut einfach auf www.texasconflictmassacre.com vorbei, dort findet ihr alle wichtigen Informationen über uns. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.